Ahoi Leuchte und willkommen zurück zu Let's Play Lego Movie Video Game 2. Wir sind hier gerade noch im Alten Westen. Ich habe geguckt, dafür brauchen wir irgendein Alten, was wir noch nicht haben, um daran zu kommen, weil es irgendein Flugding gibt es wohl. Uns fehlen noch ein paar Sachen zum Scannen in dieser Welt, aber ich würde sagen, das ist nichts, was ich unbedingt suchen würde jetzt. Das können wir irgendwo anders machen. Wir gehen dann mit Lucy sprechen und abhauen. Wir sollten weiter in der Galaxie nach unseren Freunden suchen. Aber es könnte auch nützlich sein, uns hier erstmal ein wenig umzusehen. Was meinst du? Ich habe hier so gut wie alles gemacht, was ich machen kann. Also wir können ruhig abhauen. Wir haben Einladung, die wir teilen sollen. Wir haben eine blöde Kamera. Ich könnte es auch skippen. Okay, wir haben 96,1%. Neue Planet freigeschaltet. Okay, der ist dann wieder hier unten. Jetzt sind wir im Sister Dschungel. Genau, Sister Dschungel. Da gehen wir erstmal hin. Und guck mal, was das Spiel so für uns. 50 Meisterstücke wieder. Das ist echt viel zu suchen. Aber ich finde das besser als die Mini-Kästen, die Leveln, weil die Leveln musst du halt immer zwei machen. Und hier kannst du dann, also das musst du natürlich auch zwei machen wahrscheinlich, wieder mehrmals, bis du alles hast. Aber ich finde das einfach so ein Open-World-Mission-Dinger, habe ich kein Problem mit. Danke fürs Abliefern. Wir landeten auf einer seltsamen Dschungelwelt im Sister-System. Die sah auf den ersten Blick ganz nett aus, aber um sicher zu gehen, mussten wir sie erkunden. Ich habe Torn-Konsole. Rex-Radar. Boah, Juha. Rex-Konsole groß. Kommandositz, Junge gibt's hier. Ich wollte das nicht zerstören, aber gut. Nehme ich es auch hin. Was gibt's hier schönes? Sauerstoff-Tank. Da stehe ich natürlich wieder falsch für. Kraftstoffpumpe. Ich habe gerade trommelt hier ein riesiges Schuss an den Rücken. Da gibt's auch noch was. Okay, eine komisch aussehende, ähm, Kiste. Okay, hier haben wir jetzt welche aus dem Super-Objekt-Relikt. Ähm, Stein aus diesem Gebiet hier, aus dem Sister-Dschungel. Da kann ich irgendwas lasern mit? Habe ich immer noch nicht. Rex-Rap-Reparatur-Roboter. Ich kann Raptor-Roboter sagen, weil es hier einfach Raptor heißt. Rex-Kanister 2. Rex-Konsole klein. Rex-Konsole mittelgroß. Stehen beide zusammen, dass sie auf jeden Fall groß ergeben. Rex-Freizeittisch. Ist das doch Rex-Freizeitstuhl hier? Anscheinend nicht. Okay, cool. Neues Fahrzeug. Hier ist ein Flutlichter. Erstmal gucken, was es im Shop gibt. Lass uns erstmal hier scannen nochmal. Ja, mach doch. Rex-Käste 1. Groß-Radarschüssel. Kleines Grundesfass. Was bist du? Rex-Abenteuer-Schleuder. Absolut wichtig. Was macht ihr da? Was gibt es denn bei dir zu kaufen? Ein Fernglas. Ah, blauer Pilzturm. Okay, den brauchen wir sowieso. Leuchten nach Strauch. Also wir wollen für das Sys-Pukalypse-Star-System. Leuchten nach Strauch wahrscheinlich auch. Rex-Asteriden-Brecher. Kaufen wir natürlich auch. Dann können wir den hier auch eigentlich gleich kaufen. Das Fernglas können wir kaufen. Ich meine, die Dinger kostet ja alle nicht so krass. Wir kriegen halt auch echt viel Geld. Rex-Buggy. Kaufen wir erstmal alles. So. Da sollen wir hin. Und mit dem Sprechen. Klick, glaube ich, nach mir. Erstmal looten. Rex-Kanister 3. Mittlerweile müssen wir alle Rex-Kanister haben oder nicht? Okay. Hier kann ich was reparieren. Aber ich frage mich, was ich hier wohnen soll. Also, ich kann ja auch was so reingehen. So, darf man schon mal 20? Brauche ich hier von irgendwas? Nö. Wir brauchen den Generator hier. So, dann steht der da richtig, würde ich sagen. Keiner, ob das gewollt ist. Dass ich es hier schon zumache. Aber gut. Spezial Fernglas. Was bist du, Hässliches? Außerischer Schrauch 1. Gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut, aber nehme ich hin. Äh, blauer Pilz. Groß. So, da ist noch ein Superobjektsplitter. Äh, ne Güte. Rosa Pilzturm groß. Kleines Austausch, das Wildkraut. Klar, Wildkraut. Aber ich finde gut, dass Lenny sehr gut auf dem Planeten passt. Also, ich wollte nicht eben das Wasser hier. Und ansonsten ist er farblich auch relativ gut getan, muss ich sagen. Da hinten ist noch etwas, was ich anscheinend, äh, übersehen habe. Wahrscheinlich oben drauf oder so. Ach, ne. Ist wahrscheinlich hier in dem, ne. In dem Ding drin. Könnte natürlich auch sein, aber wie sieht es aus, wäre es da oben drauf? Hier ist es auch. Perfekt. Dann nehmen wir das hier mit. Muss ich hier von noch was scannen. Super fernlastende. Ach doch, hier. Die kleine Antenne. Okay, ist die große Antenne. Gut. Ich hätte jetzt kleine Antenne genannt. Aber, naja. Also, da sollen wir erstmal hingehen. Äh, ignorieren wir erstmal gekonnt. Da oben komme ich, glaube ich. Obwohl, doch, da kann ich, glaube ich, raufspringen. Brauner Keramikbehälter. Klarlingbehälter zwei. Oh, ein und zwei davon. Nice. Mega Reliefspitze eins und zwei. Danke. Helien-Nest. Helien-Nest. Gepunktete Pilze. Und gepunkteter Pilz-Groß vielleicht. Großer Pilz-Gepunktet. Na, fast. Ja, das sind diese vier, die sich ja teilen. Oder auch nicht. Dann teilt ihr euch halt nicht. Hohe Spiralpflanzer lila. Hier, hinten haben wir auch noch was. Kleiner Außerschau-Strauch blau. Okay, das klappt nicht. Aber das klappt. Und das haben wir dann auch. Perfekt. Das nächste ist hier vorne. Können wir euch durch den Dschungel einfach laufen? Nee. Der Dschungel ist anscheinend auch begrenzt für uns leider. Blau-Blumen. Lila-Pilz-Groß. Pflanzwesen-Fackel. Okay. Interessanter Name. Interessant, dass man hier auch nur auf diesen Gewolkenwegen umhergehen kann. Ja, war genauer Klamassi zu zerstören. Das hier kann ich nicht scannen. Pflanzwesen-Dekoration. Großer Pilz-Klein. Hallo. Okay, da ist noch zu. Da muss ich wahrscheinlich mit dem Raptor aus-Mengen-Da schießen wir es kaputt oder sowas. Lila-Pilz-Turm-Groß. Kleiner Pilz gepunktet. Okay, ich wollte gerade sagen, bitte nicht verbacken. Ach, ihr seid schon die Kleine, deshalb halte ich nicht mehr weiter auf. Das ist super, erstmal alles zertreten war natürlich genau mein Plan. Okay. Noch ein super Objektsplitter. Ich wollte gerade mega Objektsplitter sagen, aber das heißt ja gar nicht so. Ich muss ja auch noch so gerne hohe Außerische Pflanze. Dann haben wir hier noch ein Außer-Schuss-Laubwerk. Hellblau, natürlich. Das sind die blauen Blumen. Hier kann ich einmal gegenhauen. Dann haben wir schon mal eine ganze Menge an Zeug hier gesammelt. Kleine Außerische Pflanze Rot. Kleine Außerische Pflanze Rosa. Ich habe dich doch irgendwann scannen können kurz. Wieso jetzt nicht mehr? Das ist nämlich ärgern. Okay, dann halt nicht. Was haben wir hier? Außerische Bodenpflanze. Okay, vielleicht kann ich jetzt hier doch wieder scannen, nachdem das fertig ist. Okay, jetzt geht es hier. Kleine Außerische Strauche Lila. Was zuhör, du bist du? Zielertrappe 2. Zielertrappe 1. Die möchte ich auch gerne scannen. Aber darf ich nicht. Okay, hier ist zu. Dafür muss ich wahrscheinlich irgendwas machen erstmal. Vielleicht muss ich den hier retten. Erstmal direkt angreifen. Um zu wissen, was es ist. Was bist du? Außerische Strauch 2. Du siehst interessant aus. Okay. Die Musik erinnert mich so leicht an Star Wars. Da müssen wir erstmal was bauen. Den Sprenkler nämlich. Oder Sprenkler? Ich bin mir gerade nicht sicher, wie es richtig heißt. Okay, was habe ich davon? Das Ding hier, ne? Auswäsche Frucht. Klar. Absolut wichtig, dass wir das mitnehmen. Wahrscheinlich müssen wir die Leben dann geben, damit er wieder fit wird. Wahrscheinlich noch nicht jetzt. Okay, mal jetzt noch weiter mit der Storybar. Anscheinend können wir ja sowieso nichts gerade machen. Ich habe aber erstmal alles gekauft, was ich hier kaufen kann. Und ich habe alles gescannt. Also zu 90% habe ich alles gescannt. Ich finde mein Fernastrummer wieder nicht. Ja genau, gekauft haben wir, zerstört haben wir, gesammelt haben wir und gescannt haben wir. Das heißt, jetzt können wir tatsächlich mal mit dem Raptor reden. Wahrscheinlich muss ich Rex werden, oder? Wir erfassen Signale von mir, die uns vom Dschungel ist. Ich schlage vor, wir sehen uns das an. Okay. Nassau, kommst du einfach mit. Ja, er kommt einfach mit. Ja, auf geht's, Freund. Weiter geht's. Ich finde es ein bisschen komisch, dass die hier alle einfach spawnen vor mir. Ne, komm mit. Das ist hier mit. Wollen wir dem Hallo sagen, Freund? Okay, ignorieren wir einfach. Gut zu wissen. Und die haben auch keinen Bock mehr zu spawnen, nur da vorne. Hallo, wie kommen wir? Diese Kreatur sieht ungeheuer aus. So, wenn wir sie fortanützen, ist das eventuell. Naja, und dann hat sich herausgestellt, dass dieser Planet doch nicht so cool war. Wenn wir was erreichen wollten, mussten wir uns mit den anderen Einheimischen anfreunden. Okay. Möchtest du vielleicht das hier haben? Hunger? Brauche Essen. Oh, findest du? Ich bin sehr bedankbar. Saar andere wie du. Ging durch Tor, verboten in Geisterdorf. Nimm Geschenk. Wache erlaubt dir Baumdorf zu König durchqueren. König hilft Tor öffnen. Hut der Freundschaft. Ja okay, das hätte ich auch gerade so allein gefunden, Freunde. Das Ding wir in die Hand nehmen, um zu gucken, ob es irgendwas im Scannen gibt. Hallo. Äh, kenne dich nicht, fremdlich erlaubt. Ähm, dann nehmen wir mal Lucy in die Hand. Äh. Wäre das irgendwie alles als gelesen markieren vielleicht? Oder ist das Ding hier gar nicht bei Objekte, sondern bei Bearbeiter? Ah okay, das ist bei Hüte, Mütze und Hüte, klar. Hallo. Oh, ich hasst Hut der Freundschaft, Freund erlaubt, Ehre. Hallo. Was gibt's hier Schönes für mich zum Klauen? Kranzwesen-Laterne, Grand Behälter 1, Klauenwesen-Kunst 1, Systarischer Baum, Klauenwesen-Kunst 2, nun gibt's hier 4. Pflanzwesen-Wahrsager-Tisch. Absolut wichtig. Pflanzwesen-Redief 2. Gab's nicht den Stuhl zum Scannen? Warte mal. Achso, er war nicht mehr ausgewählt, weil ich B drücken musste. Weil das Spiel, wenn wir sich entscheiden könnten, welchen ich von beiden scanne. Pflanzwesen-Wahrsager-Hocker. Natürlich ist das ein Extra-Hocker für den Wahrsager-Tisch. Absolut wichtig. Pflanzwesen-Essensvorräte. Steinofen. Stachliges Auswärtsschuss-Lobwerk. Auswärtsschuss-Blume 2. Punkt. Punkt. Achso, das hat gleich alles zerstört. Punkt. Dankeschön. Ist hier noch was zum Scannen? Nö. So, ich will sagen, wir gucken das mal unten rum. Wo wir dann nach oben gehen. So, Außerstandsstrauch. Blau. Ist das eine Hängematte? Sieht so aus, ne? Pflanzwesen-Hängematte. Klar. Pflanzwesen-Waffenregal. Okay. Pflanzwesen-Totem. Ne, Mittelgroß-Pflanzwesen-Totemfigur. Okay. Mittelgroß, natürlich. Es gibt mehrere davon. Ganzwesen-Totem-Figur. Wichtig. Außerstandsstrauch-Blume 1. Außerstandsstrauch-Lobwerk 2. Lila. Außerstandsstrauch-Lobwerk Rosa. Okay. Jetzt haben wir hier, glaube ich, alles gemacht. Dann haben wir das getan. Irgendwo gibt es eine Quest. Und dahin gibt es auch noch einen Gegenstand. Und der ist wahrscheinlich hier oben, oder? Der ist auch ziemlich weit weg. Der ist einfach hier oben. Niederpilzturm. Nice. Okay, da kommen wir nicht hin. Da brauche ich gleich einen Cragalizer oder Anti-Cragalizer. Also einen Mic-Manager zum Anti-Cragalizer. Hier können wir was wegstampfen. Da brauchen wir einen Haken, für den wir nicht haben. Was haben wir hier Schönes? Lila Korb 1. Weißer Keramikbehälter. Und Lila Korb 2. Nice. Haben wir zwei verschiedene lila Körbe. Können wir hier jetzt gerade noch was tun? Und da waren wir gerade schon runter. Also wir sind einmal im Kreis gelaufen. Das heißt, wir können jetzt einmal den Stampfer einsetzen. So, Stampfer. Alle wieder mitnehmen. Die sind nämlich wichtig. Vor allem die hellgrauen. Vor allem, das ist eigentlich nur die hellgrauen. Die resten sind mir relativ egal. Nur die grauen besser. Ich weiß gar nicht, ob es Helga gibt oder... Ja. Ihr wisst, was ich meine. Achso, ich habe das Spezialfänger schon angehabt. Hallo. Pflanzwesen Obstkorb 3. Großer lila Tisch. Auch Farbe ist anders, Freund. Hilft Tür streichen. Du bist sicher, der aktuelle Auftrag wird abgebrochen. Äh. Dann lieber nicht. Das können wir später noch machen. Pflanzwesen Obstkorb 2. Speichern. Gut, dann würde ich sagen, was gerade gespeichert ist. Würde ich sagen, ich hoffe es gefallen hat so. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.